Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen bei Hammerer Kanalservice Mit großem Know-how und der Erfahrung von 50 Jahren lösen wir fachgerecht jedes Problem unserer Kunden Als zertifizierter Entsorgungsfachbetrieb und Träger des Gütezeichens für Kanalbau arbeiten wir stets mit modernstem Equipment und hochqualifiziertem Personal Unsere Spezialgebiete liegen in den Bereichen Kanalspülung, Dichteinsprüfung, Inspektion, Sanierung, Öl- und Fettabscheider sowie Sondermülltransporte für Kommunen, Industrie und Gewerbe Und auch für private Kunden Unsere Einsatzfahrzeuge sind bis unter das Dach voll mit neuester Technik und Spezialequipment Für jede noch so große Herausforderung halten wir die passenden Geräte parat Unsere modernsten und hochauflösenden Fahrwagenkameras liefern bei Rohr- und Kanal-TV-Inspektionen besonders zuverlässige Resultate Damit dringen wir in die entlegensten Winkel vor und sind in der Unterwelt besonders gefürchtet Mittels GPS-Technik können wir Rohrbruchstellen ohne kostspieliges Ausgraben lokalisieren um Die Nebeluntersuchung ist die beste Technik, um kostengünstig und schnell Geruchsbelästigungen in Gebäuden zu orten und damit das Problem zuverlässig zu beheben. Wir erarbeiten für Sie alles. Vom Entsorgungskonzept über das Erstellen von Abfallbilanzen bis hin zum elektronischen Nachweisverfahren. Eine fachgerechte Durchführung unserer Dienstleistungen im Sinne des Umweltschutzes ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Wo wir waren, läuft's. Amara, Kanalservice.